Ihr geht im Wald spazieren, tut das ruhig, aber passt auf die Nacktschnecken auf und tretet nicht auf sie drauf. Wir brauchen diese kleinen Tiere, um uns damit zu bewerfen. Nacktschnecken sind gut als Brotaufstrich und auch zum Kleistern von Tapeten. Nacktschnecken sind ein wahres Wunderwerk der Natur. Tretet nicht auf Nacktschnecken, lasst sie ruhig wegschleimen. Tretet nicht auf Nacktschnecken. Tretet nicht auf Nacktschnecken. Tretet nicht auf Nacktschnecken. Vielen Dank.